Hi, mein Name ist Stefan Brüning von der Firma Quinn Investment. Wir helfen Eigentümer, ihre Immobilie schnell, effizient und vor allem sorgenfrei zu verkaufen. Heute befinden wir uns mitten in Friedrichshain. Der Ostbahnhof ist nicht weit weg, die Karl-Marx-Allee ist um die Ecke, also super Lage. Und heute zeigen wir euch eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit 60 Quadratmetern, die wird möbliert verkauft. Wurde auch in den letzten Monaten und Jahren immer möbliert, längerfristig vermietet. Eignet sich dafür super oder natürlich für den Selbstbezug. Also schaut euch die Wohnung gerne an und viel Spaß dabei. 4. 5. 6. 5. 6. 7. 7. 7. 8. 7. 9. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017